Hoi, wir machen Mütz, Glücklichkeit, Ruhe und Gemütlichkeit. Mach den Gobi down! Mach den Gobi down! Da, 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 da. So, wenn jetzt mit der Maus, oben rechts in der Ecke, irgendwo hat dieser Drachen schreit. Ich muss selbst noch mal hören. Ah, hier. In der Mitte. So, geht's schon los? kann ich auf schaden gehen wir sitzen aus wir haben nur ab den gestern der könig inspekt der gadget das geld die taunen wird das panda mädchen und der halt die haben keine wie der gegnerische zwerg heißt wieder gegnerische zwerg heißt wie heißt er denn wie heißt er denn gegner in den eigenen reihen hier warum bin ich und eigentlich allein ich bin nur tank ich mache keinen schaden und so egal schaffst du toll aber ist aber schlechter als man töte den falschen aris falschen gott dein gegengott das waren jetzt die gute und die schlechte die die gute mann ich war nicht immer für das platte ich war für das blatt nein du hast das war der nachricht ist du warst du bist du bist du bist du bist du bist du total irgendwie alleine warum gefällt mir das nicht dass ich immer so alleine bin der kamer war ein hat uns dinger geklaut und ist wieder weggerannt ich geh zu euch hoch und egal was da unten passiert da ich hab hier ein havalungi havalungi da kann ich oder kann ich nicht kannst du nicht hast du das gesehen hatte 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 falsche macht keinen schaden als die groß und rein das war die richtige die hat die anlauf statt bleibt was auf die ist hier nimm die dinger weg da kommt die da kommt die damage die bang schlampe lauf lauf der mal leben wo ist denn ich habe keine damage schlimm da ist kein mann mehr jawoll hammer und die zwerge da ist er da ist er ach ne das ist unseren geh doch zurück zum boss zum boss ach so oh hier hat der zwerg der zwerg wenn jemand aushalten das macht mich eh von daher mach doch mal down jawoll das ist schönen den boss gepult das macht dem zwerg Platz macht den hulk geht lieber auf den hulk der ist fjahrs fest gebunden dahinten ist nova das ist die richtige hier oh das gibts doch nicht die ganzen dinge eingesammelt die food ist ja das schmeckt erliegen da liegt noch einster legt noch einster legt noch ein super einer irgendwie mit der kleine ist und das daran kommt ja der kettenblitz oder der blitz weitergeleitet wurde kein weiterleitungsblitz verteilt euch er hat nämlich von denen ganz alleine den monster geholt wenn die alle bei uns waren der war nicht bei uns wir kommen dann zu unserem kern mal hier das ist weil wir wir haben keinen schaden hier warum machen wir eigentlich eine nova keine ahnung hat das die hat was wir haben einsam Nimm mich äh weniger. Zwei. Ihr könnt nicht mal richtig einsahmen. Echt, ohne Scherz. Dauert doch eh irgendwie scheiß Nora. Ja, geh mal weg. Gute Idee. Da kommt ne ganze Menge an. Ist Nova unterwegs irgendwo? Die ganze Menge an. Unsere in Ruhe ist glaube ich AFK. Unsere noch nicht den hier. Bin ich AFK? Was soll denn das jetzt? Ich glaub schon. Ja, brauchst du gar nicht so dreckig glatt wie du. Aber ihr kennt ja euch schon irgendwie. Ne. Aber ihr wisst Bescheid, ne? Natürlich kennst du mich. Nö. Wow, meine Augen, ihr braucht Hilfe. Du kleiner Fips, du, ich kenn dich nicht. Natürlich. Ihr hört dich aber an, als wär ihr schon ewig zusammen. Boah, nice. Wir haben schon zusammen aufgenommen. Wir haben schon zusammen aufgenommen. Mit Brandi, ehrlich? Das hab ich gesehen. Und was lacht der Serbe schon wieder? Oder der Israela? Keltas, mach mal gern mit dir. Ich vergiss immer von wo du bist. Wir verlieren wir aus Norden, ne? Israel. Keltas, komm mal bitte her. Israel? Ja, Israel. Keltas! Ja, ja, ja. Ja, Nova und tot. Nein! Ja, wärst du hergekommen, weißt du, im Schutz meines Angesichts. Boah, kriegst du den Rest allein hin, Penny? Oh mein Gott, was macht ihr? Guck mal, 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 was macht ihr? Guck mal hier, der Zwerg stammt alles weg von uns. Ja, du hässliche Nova Bitch, Alter. Boah, machen dauer, machen dauer, komm 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 komm. Es gibt so nett. Hau ab, hau ab. Hau ab. Ja, 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 sagst du, ich bin gestand und gestand und gestand. Hilfe! Der Fall kommt noch. Boah, ich bin so was von leer. So was von leer. Ich bin so was von leer gesaugt. Sag mal hier. Die haben Ulti. Oh ne, was, ich bin noch alle voll. Mach ich vielleicht doch lieber Stage Diving? Bei euch Anfängern? Bleibt beim Ohrspitz. Ja, dann macht doch mal Schaden hier, komm. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Achtung, raus da, Patty. Ja. Oh, ich bleib drin still. Ich bin cool. Ich kanns. Achtung, nicht immer. Naja, nicht immer recht schnell. Der will einsammeln. Penner. Jetzt kamen die Lochenmonster. Kupf. Putal. So, jetzt muss mit auf. Schnappen euch. Wir sind ja schon wieder in Lankmonster. Putal. Putal. Verdammt. Putal. Du kannst nicht spielen. Hahahaha! Mach die MOVA da oben! A little bit too late. Just a little bit funny. Oh, ich höre, ich höre Geplupper. Das hat jetzt keiner gesehen, okay? Doch. Back again, back again, my friend. Boah, hat noch ne Pflanze? Ja, hey, guck mal, wieviel Gebäudeschaden ich mit einer Pflanze gemacht hab. Brutal. Da bin der enemy Lili. Ich hab den höchsten Blockwert. Das schaffst du die nicht mal, das schaffst du die nicht mal wahrscheinlich mit zwei. Oh, f***, oh, die Lili also so knapp am... Penis? So knapp am Penis vorbei. Penis? Jagd doch nicht so weit hinterher, Leute. Ich komm auch. Ab zusammen, Mitte, 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 hierher, Mitte. Kommt, Mitte, bitte. Geh, top, blab, top, weiter, blab, top, weiter. Ja, halt hier, pflanzenmäßig. Der Inspector Gadget ist oben. Den müssen wir oben weghauen. Ist der nicht eben tot gewesen? Das ist ein Roboter, der Roboter könne nicht stehen. Töte den Inspector Gadget, töte den Inspector Gadget! Der holt down, sehr schön. Pflanze weitermachen. Spielen nur rein, auswärtslich nicht. Boah, die ist wirklich vom Pferd runtergeholt, die Foot. Foot kaputt. Ich komm von hinten geslidet, Achtung. Boah, aber wo bin ich denn gefangen? Wieso kann ich nichts machen? Hast du gesehen? Super viel, Leute. Pflanzen die, ey. Komm mal her, komm mal her. Ja, heil dich doch selber. Guck mal! Die verschießt, ihr holt die an mich. Ist jemand da? Ja, bin eh da. Buschi, 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 komm, Buschi! Leute! Ist nicht euer Ernst jetzt. Ich muss hier weghuschen, ey. Das glaub ich nicht. Was soll ich zur Basis? Macht mal Camps, Camps, Camps! Camps, 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 Camps! Camps, 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 Camps! Camps, 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 Camps! Oh, nur durch die Richtung, sorry. Unsere Nova wurde von Nova verlegt. Total! Was uns das wohl sagt? Nicht nur von der Nova, sondern auch von Strallen. Achso, ja gut, dann ist okay. Das war nur ein Nova Cup. Ja, guck mal eine Aufnahme an, und dann kannst du sehen, dass es zwei war. Ja, ja. Bei diesen Beweis-Videos, gell. Machen wir den hier erst, komm! Da schneidet der Krispy extra was für... Oh, ist das so spannend, wenn ich komm! Oh, die Samen kommen! Der muss immer noch was schneiden für mich. Hat er schon seit ein paar Wochen noch nicht gemacht. Ne, Krispy? Ach Gott, musst du schon noch was machen, ja? Was machst denn du da allein? Ah, kommt ja keiner! Ja. Dieses Info-Video wolltest du noch machen, Krispy? Äh, ja. Ach Gott, ja. Ja. Oh je je. Leute, sie liegt's noch immer. Den ganzen Tag. Das kommt davon, weil wir uns schon so ewig noch mehr gesehen haben, Paddy. Ja, ja, schon klar. Das ist doch böse. Auf Kessler, weghauen! Inspektor Gadget! Nein! Waaaaa! Es ist noch mehr! Es ist noch mehr! Es ist noch mehr! Es ist noch mehr! Boah, das gibt's noch nicht! Zerbrösel! Eier, der Freie ist gehen mit dem Freie ab, Mann! Wo ist denn der... Zwei? Ich muss den Down kriegen, das gibt's doch nicht! Jetzt muss versuchen, die auszuschalten. Fast! Huck in town! Jawoll! Hast du gesehen? Was wollt ihr hier? Geh weg! Ich hab alles im Griff! Ähm, ja, die im Campstar ist auch nicht. Ich muss weg, ich hab ja nichts mehr. Lilly unterstützen. Aber wir sind ne Level vorne, komischerweise. Weil Lilly einfach zerstört. Ja, ja, die ist brutal. Baaal! Gleich den Bogo nach unten machen. Rattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattatt ja jetzt ist aber gut hat mir jemand ein Heal bitte oh je der dreht ah du hässlicher Abstauber mach mal Loki da und Aris komm dein Gottgegner oh ja klar der Stunt mich noch ist klar ja es schlägt auf mich ein ist nicht wahr guckt euch den Noob an ist klar Frei natürlich legt das Ungeheuer auf mich ein ist natürlich wahr ja du hast dich mit dem Ungeheuer angelegt es ist dein Schaele jetzt mach ein Blatt komm mach ein Blatt ja das war ein bisschen overpowered aber ich wollte den doch auch mal quälen der sagt das immer so süß ach jetzt haben sie einen Tank der die Pflanze nehmen kann oder wie ja das heißt doch ein Tank ach so ist er was ist denn der ist das ihn ich schätze haltet diese Pflanze auf der im Set ist gar kein Ding ich soll grad sagen guck mal wie ich steuere ich liebe ETC jetzt rennt er wieder zurück wer ist reingerannt wer ist reingerannt sie kommen sie kommen sie kommen sie kommen sie kommen Bede nooo jawoll nein wir haben uns gegenseitig getötet total nur du ihn wär natürlich geschickter gewesen weißt du ne er war zuerst tot aber dann hab ich von noba was abbekommen da war ich tot geht down die bitch is down geht mal in der mittelstück noch vor zur düppel braucht jeder noch da will noch eine Pflanze legen die Pflanze legen die Pflanze legen die Pflanze legen einen hässlichen Blumentopf wir noch schmeißen bei so aris ist doch da horses macht da auch man wird Ja du Zwergelein Ah, macht der den Super hier oder was? LOL Wie ich die Granate habe, wurde sie mir abgebrochen Gibt's doch nett Boah, was war das? Hä? Der fucking Faust-Team Hat der beide? Alter, jetzt geht er wieder auf mich, ey Geh auf den frei, geht einfach auf den scheiß frei Alter Boah, Alter, machen die mit Damage Mach den Rest, komm, Rest, 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 Rest Da ist nicht mehr viel übrig auf Lilly, komm! Lilly, du meiner leeres Bitch-Ding BigPetty, komm, Schuss! Das gibt's doch nicht Okay, das macht man Kämpf jetzt schnell, da haben wir Felge gewinnen Das will ich sehen Ein Ulti für ein Camp Mann, du stirb! 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 Wer kriegt's denn hin? Boah, Alter Wenn jetzt Lilly kommt Ey, äh, Nova Lilly, ja Ja, einen Schuss Bam! Gute Nacht, vielen Dank! Ja, danke schön Geh mal unten defen, Leute Oh, da kommt ein Burg da unten Ach, Gott, nee Das ist also, weißt Eine Stunde mit euch spielen Schlimmer als 5 Stunden arbeiten Oder so Hahaha Schau mal, ich hol dich schon wieder Was passiert, hä? Total! Ich sag da nur noch Total! Egal! Egal! Ey, die bösen Menschen holen sich hier auch irgendwelche Platten Was für Scheiße ist, ne? Ach, der Penner war immer wieder, ey Ja, bleibt doch eine Ulti stehen! Toll, hier Das gibt's doch nicht! Wo seid ihr denn? Ja, wie macht das, was man damit machen sollte? Die Samen sammeln Wer waren das jetzt? Ein Mann Was tun was ein Mann tun Wenn ihr, Leute Wenn ihr das Monster Stankreft Geht ihr drauf Die kommen jetzt zurück zu euch Ja, hab mich wieder gefangen gemacht Doppelkommo drauf Wir müssen defen, 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 ey Gebäudetechnisch sind wir noch im Vorteil Gleich nicht mehr Was ich nicht ganz verstehe Ist die Sache Da ist ein Heiler und ein DB Haut auch, Haut Ein Heiler und was? Heiler und ein DB Warum lachen die so behinderten rum Statt dass einfach so die oben blöcken Und der Heiler einfach heilt Ah, warte mal Knorfen Ich hab vergessen Das ist ja gar kein Heiler Der hat... Der wollte ein Schwein Naja, ist kein Heiler Aber da habt ihr euch echt was einfallen lassen Das Ding da zu platzieren Der hat ein Heiler nehmen Ja, sie kommen jetzt hoch, ne Das ist ja... Ich bin jetzt auch nicht das bestört Zeit drauf Jetzt kommt der und es nickt alles weg Ja, ich schmeiß mich raus und... Ach, egal 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 Hast du gesehen? Ja, total Ja, total Boah, ja, sei doch noch schneller Zurück zum Teffen Oh, jetzt wie schnell die Pflanze rennt also Wo rennt er hin? Oh, übel Kann jemand irgendwie Stun oder sonst was machen oder? Ja Kann ich den Mosch bitten? Nee, ne? Ja, blöde Nova, ja Nee, das hat's schon mal probiert Hab ich schon mal probiert, gell Scheiße Ja, stimmt Das war ja schon mal das Thema Ah, ja, ist klar Was ist denn da drin? Was ist denn da drin? Was ist denn da drin? Auf, 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 auf Ja, schubst ihn doch weg! Du wirst mich verarschen Jetzt hab ich einmal Moschpit getroffen, ey Dann schubst du dann raus Ja, mach doch Attacke Ich mach das ja schon mit dem Mini Minions Da, du, da, du Ich hab grad Angst wegen dem Gegner Und St. Pauli brennt noch Licht Wie du, bi, du, bi Ah, ja, du blöd Ja, ist klar Nova Zwei Schüsse und ich bin fast tot Na klar, du hältst mich auf Tracks Nur ein Kämpfer Aber du lebst noch Ich brauch Hilfe oben Ich kann das Camp nicht machen Da steht die Cheater Nova Nova Ich hab auch schon mal die Cheater Boah Alter ist das lang Wie religi so'n scheiß Camp zu machen Als Tank Sie kriegen das in der deutschen Letztes Zeit immer lang Falscher Knopf Gibt's doch nicht Was bewirkt eigentlich das Gitarrensohler Außer Heal ? Heal? Nur Heal Ja Kannst du dann nicht bisschen schneller angreifen Oder sowas Ist das moralisch? Hast du das gesehen? Hast du das gesehen? Ich geh fast schon, ich geh fast schon Da ist noch lange... Oh, hier, hier, hier! Der Heil kommt, der Heil kommt! Mach's ne Daumen, mach's ne Daumen, mach's ne Daumen! Das wär so geil jetzt! Verwummt, die Schüsse tot, Mann, das ist doch so assi, ey! Lilly down! Jawoll! Wo ist Gaslow? Komm Gaslow noch! Wo ist das Inspector Gadget? Was an? Machen wir mal den Pulk dazu! Ja! Oh, die kommen runter, die holen euch! Nova, Nova, und der Heil kommt! Alles klar, wir gehen weg! Komm, wir gehen weg! Oh, die machen die Camps, das könnte auch sein, jetzt die Blumen Camps! Ja, lass uns mal gucken! Ey, die sind bei uns! Moshpit, 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 auf! Schaden, 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 Machen Down, jawoll! Egal! Du bist doch Down, ist noch lange noch nie schade! Äh, uh, wo renn ich denn hin? Und Nova, Nova, ich bin Down! Nee, bist doch nicht Down, bist doch nicht Down, bist doch nicht Down! Gibt's doch nicht! OOOH! Atrial-Ihr-Lator! Echt, ohne Witz, wenn er es uns so heißt! Pfff! Sag nicht, du hast zugekriegt! Ja doch! If St. Pauli brennt noch Licht! Ach, oder nicht! Die sind obendran! Da ist bald Schickenschaft, dann! Da ist noch lange noch nicht Licht! Machen wir das kleine Camp! Sag mal, ich hatte mal diese übel knieve Typen hier auf! Oh Brandy! Oh Brandy! Oh ja der bleibt drin stehen! Jawoll! Sehr schön! Der Anna auch noch! Super! Aris komm! Down! Geht down! Warum kann mein Phönix nicht einsetzen? Ferrikas machen fertig! Hoppfeuerabend! Game over! Oh je, da ist die Lilly! Scheiße! Ferrikas sammel ein! Lach doch rein da in den Ding! So wie die es die ganze Zeit mit uns gemacht haben! Komm Aris, mach sie platt! Lilly hat nix mehr! So, jetzt nimmt mal der richtige Mann das Ding! Ja, komm ich lecker! Was ist los? Oh schade, bei dem Petty ein Schildkling! Ja, hab ich mir schon gedacht! So, jetzt wird's gepusht! Pauli brennt noch nicht! Du willst jetzt einen Solo-Push machen! Oh okay! Macht das Ding eigentlich Schaden? Das macht gar nix! Oh ja, das macht die nicht Schaden! Megaschick! Soll ich mal gucken da unten? Nee, gib ja! Push durch! Ich schreck die hin! Ich schreck die hin! Ich schreck die hin! Guck mal! Ich schreck die hin! Guck mal! Ich schreck die noch da unten! Boah, das darf nicht wahr sein! Ich schreck die hin! Ich schreck die hin! Ich schreck die hin! Boah, ich schreck die Beine gehabt! Hast du das gesehen? Ich schreck die hin! Ich schreck die hin! Ich schreck die hin! Ich kann nicht alleine gegen die Pflanze hin! Ist das Ding wirklich noch drin, ey! Boah, Spitt! Komm, mach zum Blauen! Komm, komm! Ah, ist die falsche! Scheiße! Oder? Wo brennt's dann hin? Aua, aua, aua! Wo brennt's dann hin? Aua, aua, aua! Wo brennt's dann hin? Ach Gott, nee! Was ist denn das denn da für Spiel? Helfen und Branden! Helfen und Branden die Runden! Ich hab Gaslogisten! Ja, wir killen die durch jetzt! Ja, okay! Ach Gott, ihr müsst auch noch Deffen! Deffen, Pflanzen holen! Auf geht's los! Wenn in Cthorley brennt noch Licht, oder wie? Auf Ares! Kill Loki! Einen fahren lassen und die Fassung verwirren! Hast du Ulti bereit bei dir? Ja, du kannst mal bitte deine Fresse probieren! Und unten machen die Minions unser Ding da und... Weil... Kommt doch mal... Naja... Ich hab doch... Weckerbord! Hammerhardt! Das ist falsch, ne? D. Up-tarm Girl! Schau her, du fliehst, dann abzuhren, ja. So, Camps. Camps machen. Ja. Ja, blödes Ding. Wenigstens passt es dann wieder mit der Statistik bei mir. Komm ich wieder auf die 0.0% Runechancen kürzlich. Matze down! Guck mal, hier sind nur noch zwei Minions. Und ein Zwerg. Guck mal, ich hab dir ne Karte reingeschoben. Ja, toll, Alter, der macht nen Charme, ey. Was haben die zwei Zwerge? Das ist mit Kotzen. Ah, ist doch nicht wahr. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Also, man kann glaube ich behaupten jetzt nach den zwei Spielen hier, Matchmaking läuft, oder? Das ist schon mal länger so. Das dort schon wieder fast 30 Minuten. Ja eben. Ist das nicht ein Ausschlag dafür, dass die Gegner ziemlich gleich stark sind? Also, die, die, die... Parteien beide ziemlich gleich stark sind? Ich wette, die haben jetzt nur den Vorteil, dass wir einen fiesen, fiesen Franzosen dabei haben. Verstehst du? Ja. Haben die Franzosen. Das ist für dich nicht in Ordnung, weil das sowas gibt gar nicht. Eigentlich sind wir viel besser, wenn ihr euch mal anguckt, während ihr Vanille und unsere Lille... Guck mal, sie ist schon alles weggestickt. Oh, Muradin hat viel mehr weggestickt als ich. Das macht mich jetzt fertig. Das macht mich jetzt fertig. Ja, ich hab mich gar nicht gesehen. So. Die greifen uns das Ding an. Ja. Die greifen uns an! Ja, es wird auch sein, dass sie mal Feierabend machen. Ja. Das ist so... So anstrengend auch teilweise. Echt. Nex, Trip muss ja irgendwann push machen. Aus Hang-Man, die zu messen werden. Du hast nicht überhaupt Glück gehabt, dass sie mich dazwischen müssen. ich werde ich verteidige ich verteidige ich verteidige alle zusammen schaden jetzt du hast am meisten schaden noch dabei ja aber das ist scheiße ich wollte noch schneider drücken die sind wieder da die sind wieder da schaden 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 schade waren schaden schaden Schaden, komm, Schaden! Alles am Schaden, jetzt komm! Schaden, Schaden, kommt 20%! Komm Ferrikas, hau rein! Nein! Das war's. So, ich kann mal zum Abendbrot essen. Wer ist da halt gleich mitgegangen? Ja, verdammt. Wenn unser Teig mitgekommen wäre, hätten wir es geschafft. Ich weiß, ich weiß. Ich hab gedacht, dass die Katapult uns dann einreißen. Ach was? Nee, nicht die Katapult, jetzt kommt der Trage. Ach Gott. Schau mal, wie sie ganz gemütlich reinlaufen. Die sind nicht mal auf dem Mount drauf. Aber wenn wir halten, ich habe jetzt Level 25, haben wir 7 geschafft gerade. Das heißt, es gibt massig auf der Faunspunde. Normalerweise hätten die jetzt eine Runde durch den Nexus laufen müssen. Sau spannend. Aber ich hab einen schönen Namen für diese Aufnahme. für diese Aufnahme, Matchmaking funktioniert. Wuh? Komm, komm, hoch, 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 auf! 300, 400.000, komm! Boah, 359.000. Jawohl, geil! Statistiken. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye, bye! Nein! 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 Ich erst mal mein Arzt...